In Rheinsdorf ist an diesem und am kommenden Sonntag Frühjahrsputz angesagt. Alle Einwohner sind aufgerufen, ihre Gemeinde vom Schmutz des vergangenen Winters zu befreien. In diesem Jahr ist es bereits das 14. Mal, dass die Rheinsdorfer gemeinsam zu Schaufel und Besen greifen, um die Spuren der kalten Jahreszeit zu beseitigen. Und diesmal war der Winter ja länger geblieben, als allen lieb und recht war. Wir mussten diesen Putz verlegen. Wir hatten ursprünglich geplant, Mitte März, an einem Samstag, das durchzuführen. Der Winter hat uns einen Streit gespielt. Ja, es kamen immer mehrere Kubikmeter Müll zusammen. Wir rechnen jetzt am kommenden Samstag mit dem Einsatz von 300 Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Mitgliedern der Vereine, Unternehmen unterstützen uns mit LKWs, traditionell auch die Vielauer-Lunden-Lausbuben. Schwerpunkt ist der Friedrichsgrüner Park mit Laubrechnen, den Park ganz einfach ein schönes Antlitz zu verleihen und auf Vordermann zu bringen. Der Frühjahrsputz in Rheinsdorf geht zurück auf eine Idee von Bürgermeister Ludwig, Ende der 1990er Jahre. Ein großes Ansinnen von mir ist immer eine saubere Gemeinde. Und eigentlich benötigt man dort das bürgerschaftliche Engagement. Und es hat sich also herausgebildet, dass wir einen Samstag festlegen, wo auf freiwilliger Basis unsere Bürgerinnen und Bürger mitarbeiten. Wir hoffen, dass die Grundstückseigentümer vor ihren Häusern, die Straße kehren, alles mit säubern. Und das ist also ein Angebot der Gemeinde, da Müll wird dann alles kostenlos abgefahren. Der Rheinsdorfer Frühjahrsputz beginnt am Samstag 8 Uhr, Ende ist gegen 13 Uhr. Der Rheinsdorfer Frühjahrsputz